So, herzlich willkommen zurück hier zu Spawn the Galactic Adventures. Schön, dass ihr wieder eingeschaut habt hier zur nächsten chaotischen Folge. Und wer sich wohl dann... Hey, stopp, das Raumschiff sieht ja ganz anders aus. Ja, der hat recht. Ich hatte einen kleinen Fehler im Spiel gehabt, deswegen ich bis hier nochmal ganz kurz neu spielen musste. Und dabei habe ich ein paar kleine Änderungen am Raumschiff vorgenommen. Aber auch nicht weiter schlimm. Wir sind jetzt da genau an derselben Stelle, wie wir vorher waren. Lustigerweise können wir aber diese Spiele nicht speichern. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen durchziehen, bevor ich hier die nächste Speicherung machen kann. Ich denke mal, es liegt hier, hängt ja mit einem Tutorial zusammen. Oh, sieh da, guck mal, da habe ich was kaputt machen. Oje, Treffen muss gelernt sein. So. Ja, ein bisschen durch die Gegend. Besser irgendwas leuchten sehen. Wo habe ich denn jetzt hier dieses... Da. Hier sind da welche. Ich soll ja nicht ganz kaputt machen, die ganze Angelegenheit. Eins, zwei. Löbliche Arbeit. Du bist aus dem richtigen Holz geschnitzt. Du hast dir den Respekt und das Vertrauen deiner Heimatwelt verdient. Wir wollen, dass du als Pilot dieser Raumschiffe unsere Rasse bei der Erforschung der Galaxie vertrittst und uns Ehre machst. Du bekommst die Plakette und damit den Titelkapitän. Unsere Wissenschaftler haben einen interplanetaren Anschiff für dein Raumschiff entwickelt. Aber du musst ihn auch installieren, Käpt'n. Klar, ich bin bereit. Mit dem Handelswerkzeug kannst du Werkzeuge, Gewürze und seltene Objekte kaufen und verkaufen. Objekte aus deinem Frachtraum, die verkauft werden, können erscheinen im unteren Handelsmenü. Klicke auf das untere Handelsmenü. Interplanetare Antrieb. Jawohl. Objekt kaufen. So, Käpt'n, pack deinen Glitteranzug aus. Wir schicken dich auf eine Reise ins All. Wir vermuten nämlich, dass wir nicht alleine in dieser Galaxie sind. Wir haben eine seltsame Funksignale vom Planeten G-Lenks aufgefangen, der ebenfalls unseren Heimatstern umkreist. Du sollst sie ihn etwas genauer anziehen. Das ist der Lebenswort. Bis zu uns, Zielende. Jawohl. Ich bin Käpt'n. Mit dem Button meine Sammlung öffnest du ein Missionstagebuch. Oh Gott. Verdienen wir Plaketten durch Aktionen und Abenteuer im All. Plaketten schaffen neue Werkzeuge frei, die du kaufen kannst. Außerdem steigt ihr in den Rang und du erhältst neue Titel und Fertigkeiten. Ähm. Ja. Hauptwerkzeug. Waffen. Waffen ist immer schön. Kleine Protonenrakete. Niedlich. Steht zum Verkauf. Finde das anbietende Reich. Okay. Also muss ich es quasi immer finden. Okay. Interessant. Wuhu. Interessant. Und ich kann immer noch nicht speichern. Du musst den Planeten verlassen, um zu speichern. Ah. Interessant. So. ER9 Agret Jelens. Ups. Falsche Richtung. Wuhu. 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 Da ist etwas auf dem Schiffsradar. Piep. 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 Oh, ist ja niedlich. Es ist ein abgestürztes Raumschiff und es sendet ein seltsames Funkdienst aus. Es fliegt dorthin und untersuche das Scannerwerkzeug mit der Absturzstelle. Oh Gott, oh Gott, lesen muss gelernt sein. So, Scanner ist ausgerüstet. Okay. Wie gesagt, der Scanner ist ausgerüstet. Scan. Piep. 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 Außerirdische. Aber kein Lebenszeichen. Es sieht aus, als hätten sie vor dem Tod noch irgendeine Art verschlüsselte Landkarte gezeichnet. Moment. Das Wrack. Es hat ein Transporter aktiviert. Mehr Objekte können an Bord geholt werden. Raketen und interstellarer Antrieb in den offenen Sternkoordinaten einprogrammiert sind. Raketen und interstellarer Antrieb in den offenbar Sternkoordinaten einprogrammiert sind. Komischer Satz. Der Schaden am Wrack scheint von einem Kampf herbeizuführen. Das Schiff sollte wahrscheinlich für einen anderen Planeten Hilfe holen, aber es hat ihn nicht geschafft. Oh. Oh. Kann nur Raumschiffe, Geschütze oder Fahrzeuge ziehen. Okay. Was haben wir hier noch so schönes zum Erkunden? Hauptwerkzeug, Scannen. Eine neue Pflanze. Sie wurde scannt und an deine Spore-PD-R hinzugefügt. Okay. Oh, schönes Geräusch. Kennen wir das schon? Oh, wieder eine neue Pflanze. Die Pflanze wurde schon gescannt. Also dieser Planet ist echt irgendwie langweilig. Ah, guck mal, Bäume. Wurde bereits gescannt. Bäh. Können wir Steine scannen? Nö. Scheint noch nichts weiter Interessantes zu geben. Dieser Planet ist echt karg. Wo ist nochmal die Absturzstelle? Käpt'n, ich hab mich verflogen. Kann ja nicht so schwer sein, die Absturzstelle zu finden. Da. Ich scanne das nochmal. Ne. Hier gibt's nichts zu scannen. Meine Sammlung. Spore-PD. Ich will da rein. Oder auch nicht. Na dann. Auf geht's wieder nach oben. Ab in die Weiten des Weltalls. Jetzt. So. Verlasse dieses Sonnensystem. Okay, ich geh mal da hin. Und runter. Oh, schön. Es ist zu gefährlich, sich diesen Planeten zu riesen. Dieses Gas riesen. Okay. Guck mal, komm mit. Komm mit. Komm mit. Ich will zum Komet. Ich will da zum... Okay, dann halt nicht. Dann halt da hin. Oh, unbeansprucht. Oh. Irgendwie hab ich grad Schaden genommen. Okay. Der interstellare Antrieb des Wracks antwortet auf ein Ortungssignal von einem Stern in der Nähe, der zur Koordination im Speicher passt. Äh, du musst ihr Heimatplan... Das muss ihr Heimatplanet sein. Wir brauchen... Äh... Vielleicht brauchen sie immer noch die Hilfe. Halleluja. Heuda die Waldfee. Okay. Okay. So. Da ist was auf den Schiffsradern. Beep, 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 beep. Oh, what the fuck. Zu spät. Diese Ruinen sind alles, was von der Heimatkolonie der Außerirdischen und aus dem Wrack noch übrig ist. Ein Scanner-Ruin gibt uns vielleicht den Hinweis, was hier passiert ist. So. Das ist ja wohl mehr als eindeutig, wo das Ding ist. Oh, da hinten ist was. Der Scanner hat nichts ergeben, aber eine Reaktion hat es trotzdem ausgelöst. Wir haben irgendeine Aktivität auf dem Radarschirm. Schiffe! Der Scanner muss die Verteidigungsanlage der Kolonie aktiviert haben. Diese Drohnen wirken nicht sehr freundlich. Moment. Da kommt ein Funksignal rein. Warnung. Eindringlinge. Der Grox entdeckt. Alle Grox-Eindringlinge werden vernichtet. Initialisierungsbrotall. Grox-999. Alle Grox-Eindringlinge werden vernichtet. Wir sind keine Grox. Warnung. Alle Grox zum letzten Mal. Wir sind keine. Mission ausgeführt. Kehre auf den Heimatplaneten zurück. Okay. Ich verpiss mich mal hier. So. Hopp. Dein SETI-Gerät empfängt ein stark, starke Funksignale von diesem Stern. Hin und fliege hin und erforsche es. Welchen Stern? Ich würde mir gerne das angucken und anhören, aber hier ist ja ein rotes Gewürz. Vielleicht, dass die Ablage? Was passiert damit jetzt? Er steht hier. Okay, ich behalte es mal bei mir. Ähm. Irgendwer will was von mir? Ich glaube, die sind sich noch nicht ganz so sicher was. Ich will das anklicken. Lass mich anklicken. Okay, dann speichere ich erstmal ganz kurz. Vielleicht biebt das ja das Problem. Jawohl. Es wurde gespeichert. Weiterspielen. Kann ich jetzt anklicken? Ich will anklicken. Warum kann ich nicht anklicken? Das ist nicht der, wo ich nicht her. Das darf ich nicht sein, ja. Na. Kommunikationsfenster öffnen. Gibt es nicht auch irgendeine Taste dafür? Zum Beispiel K oder so? Äh. Steuerung. Oh ja. Das ist... Die Steuerungsübersicht ist ja echt hier fantastisch. Ich kann das Kommunikationsfenster nicht öffnen. Warum? Na, dann erkunde ich mal ganz kurz nochmal die Welt. Kann ich hier? Entfernung 1 PC. Entfernung 2. 2,2. Was auch immer das bedeutet. Ich glaube, das wird nochmal erzählt. Ich fliege nochmal zurück. Ah, was für ein schöner Planet. Du hast einen unbefruchtbaren Planeten entdeckt. Unfruchtbare Planeten können eine Kolonie am Leben erhalten. Du kannst aber auch einen Terrorscore erhöhen. Ähm. Und dann einen gewinnträchtigen Raumhafen für dein Reich errichten. Äh. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Okay. Ich verpisse mich mal hier ganz schnell. Hui. Ich soll ja sowieso zu meinem Planeten zurück. Ich werde es einfach nochmal versuchen. So. Ich kann dieses Kommunikationsfenster nicht öffnen. Das geht mir irgendwie gerade so ziemlich auf den Geist. Okay. Das Logbuch funktioniert. Okay. Äh. Ich müsste sowieso höher klicken, als das eigentlich ist. Das ist immer ganz lustig. Aber warum funktioniert das nicht? Das ist mir ein Rätsel. Das ist jetzt echt verwundernd. Warum das jetzt nicht funktioniert? Ich werde einfach mal gucken in der nächsten Folge, woran das Problem dann liegt. Ich werde einfach mal hier außer Reichweite des Planetens reisen. Nein, ich wollte nicht rein. Ich werde raus. Und wieder hoch, weil es so schön war. So. Vielleicht habe ich ja dann bei der nächsten Folge mehr Glück, dass es dann eventuell funktioniert. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hierzu etwas chaotterischen Folgen von Sporze Galactic Adventures. Bleibt cool. Bleibt stark. Bis dann. Ciao.